So liebe YouTube-Freunde, Wofenbearbeitung bei Bauerhaus. Ich mache da etwas spezielles. Diese Maschine habe ich noch nie so im Einsatz gehabt. Hinten sieht man Walze. Dann der Kombigrupper Kaiga Firma Althaus. Und vorne noch den Frontpacker. So sieht da meine Bodenbearbeitung aus. Ich will damit den Brandkalk, den ich gestern gesät habe, leicht einarbeiten. Und zugleich gerade Walzenknoten, Knollen zerdrücken. Bismarck Knolles Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020